Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zur Mathematik heute mit der Umkehrfunktion. Und wir fangen erstmal an mit dem, was wir haben. Also gegeben haben wir erstmal eine bijektive Abbildung f von a auf b. a und b sind Mengen, da sind in dem Fall exakt gleich viele Elemente drin, weil wir arbeiten hier gerade mit endlichen Mengen. Unendliche Mengen machen wir irgendwann anders, das ist jetzt definitiv nicht Thema. Und dementsprechend, weil es eine bijektive Abbildung ist, da haben wir gelernt, jedes Element in a hat einen und zwar genau einen Partner in b. Und jedes Element in b, weil sie so ektiv ist, wird genau einmal getroffen. Dementsprechend haben a und b auch zwangsläufig gleich viele Elemente, ansonsten ist das Ding keine bijektive Abbildung. Die Umkehrfunktion können wir tatsächlich nur definieren auf einer bijektiven Abbildung. Und wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil theoretisch das Urbild uns ein bisschen, sagen wir mal, im Weg steht, okay? Das werden wir gleich noch sehen. Da ist Matze nicht ganz so genau gewesen, was mich ein bisschen weird, ja, was ein bisschen weird war, aber naja, ist nun mal so. Also, genau. Es kann sein, dass ihr die Sachen übrigens ein kleines bisschen anders definiert bekommt, in der Uni oder in der Hochschule, in der ihr seid. Das ist immer so ein kleines bisschen, je nachdem wo man halt ist, ne? Aber auf jeden Fall, wir benutzen diese Definition hier. Und zwar, wir haben schon gelernt, eine bijektive Abbildung hat vor allem eine Eigenschaft. Das heißt, f hoch minus 1 von b, also quasi, wenn ich den Pfeil zurückgehe, dann ist für jedes Element in b genau ein Element in a zuständig. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist das, was wir gerade gesagt haben. Das heißt, hier drin, normalerweise definieren wir ja das Urbild hier, f hoch minus 1 von b, also von 2 zum Beispiel, würden wir definieren als Menge aus 1. Wir können aber auch das Urbild von 6 nehmen, dann hätten wir die Menge aus 3. Von 4 wäre es die Menge mit nur 2 drin und von 8 wäre es eben nur die Menge mit einer 4 drin. Und jetzt definiert man da drauf allerdings eine Umkehrfunktion. Ungünstigerweise nennt man die halt auch f hoch minus 1, aber eben nur bei bijektiven Abbildungen. Und damit macht man sich halt, oder versucht man sich so ein kleines bisschen das Leben leichter zu machen. und f hoch minus 1 ist dann definiert natürlich von der Menge b auf die Menge a, allerdings als eine Funktion, beziehungsweise als eine Abbildung. Das ist ja dasselbe. Und zwar eine eindeutige Abbildung, die wiederum folgende Eigenschaft hat. So, jetzt müssen wir ein bisschen denken. Das sind mathematische Definitionen, die sind nicht immer ganz einfach zu verstehen. Deswegen haben wir auch letztes Video uns nur mit der ID befasst. Und zwar f kringel f hoch minus 1, also f verkettet mit f hoch minus 1, ist die ID von b, also die Identitätsfunktion für b. Und f hoch minus 1 verkettet mit f, ist die Identitätsfunktion von a. So, das ist die formelle Definition und das ist eine eindeutige Abbildung. Das kann man alles schön beweisen. Machen wir, wenn dann irgendwann anders. Und das heißt nicht jetzt, weil wir noch keine Beweistechniken hatten. Aber, wenn wir uns das Ganze jetzt mal so überlegen, dann kann man sich das relativ anschaulich darstellen. Wenn wir eine Funktion wie diese hier haben, die im Endeffekt jedes Element aus a verdoppelt, ja, also 1 wird zu 2, 3 wird zu 6, 2 wird zu 4, 4 wird zu 8, dann ist die Umkehrfunktion einfach geteilt durch 2. Und zwar nur für die Elemente natürlich, die in b sind. 0 ist ja hier nicht drin, also haben wir kein Problem. Dementsprechend haben wir hier eigentlich eine relativ eindeutige Umkehrfunktion, die meine Elemente einfach halbiert und dann am Ende wieder das rausbringt. Ich mache das jetzt extra mal mit meinem roten Stift hier, damit ihr das auch unterscheiden könnt. Das sind die Pfeile, also diese roten Pfeilspitzen, sind die Pfeile von meiner Umkehrfunktion f hoch minus 1. So, und wenn ich die jetzt verkette, dann bedeutet das f kringel f hoch minus 1. Das ist im Endeffekt nichts anderes als f von f hoch minus 1 und da dann eben von b, ja. Das hier soll ein b sein. Das bedeutet im Endeffekt, ich stecke ein b in meine Umkehrfunktion rein und wende danach f drauf an. Das kann ich machen. Nehmen wir einfach mal die 2 als Beispiel hier. Das heißt, ich habe meine 2, stecke die da rein, also in meine Umkehrfunktion. Das heißt, eindeutig bekomme ich hier meine 1 raus, weil es gibt ja immer genau einen Partner in a und keinen zweiten. Deswegen muss das Ding b aktiv sein. Deswegen haben wir auch hier an sich keine, oder müssen wir keine Menge nehmen, sondern können das einfach als Funktion schreiben. Und anschließend, also ich habe ja dann 1 hierbei rausbekommen, das ist quasi 1, und anschließend wende ich f auf 1 an. Das heißt, im Endeffekt gehe ich die 1 wieder zurück und komme wieder bei der 2 raus. Dementsprechend habe ich eine Identitätsfunktion, weil ich eben exakt mein Element wieder rausbekomme, das ich reingesteckt habe. Wir haben hier quasi 1 reingesteckt. Also hier war es f hoch minus 1 von, äh, wir haben 2 reingesteckt, es tut mir leid. Das ist nämlich auch 2 hier. Also f von f hoch minus 1 von 2, das heißt 2 reinstecken, 1 rausbekommen, wieder 1 reinstecken und dann 2 rausbekommen. Wir gehen quasi diesem Pfeil einfach hin und her. So, das ist quasi also die Identitätsfunktion für b. Wir drehen das also ganz einfach um. Und andersrum verkettet sehen wir hier f hoch minus 1 von f von einem Element a. Naja, das ist ja im Endeffekt genau so. Also wir gehen einfach nur in die andere Richtung. Wir starten zum Beispiel hier drüben mit dieser 2 hier, gehen dann hier lang in die Menge b und landen bei der 4. Das heißt, wenn wir hier 2 reinstecken, dann ist das gesamte Ding hier, das war keine schöne Klammer, ist eine 4. Und wenn wir f hoch minus 1, äh, f hoch minus 1 von 4 rechnen, dann kommen wir einfach wieder zurück auf demselben Pfeil und kriegen wieder die 2 raus. Das heißt, wenn wir 2 reinstecken, kommt am Ende auch wieder 2 raus. Und dementsprechend haben wir auch hier wieder die Identitätsfunktion. Und ja, das ist im Endeffekt genau so, wie diese Identitätsfunktion definiert ist. Also im Endeffekt ändern wir das Urbild, wenn man so möchte, ab und sagen, ja gut, das ist jetzt auf einmal keine Menge mehr, wenn wir die Umkehrfunktion definieren, sondern das ist auf einmal einfach, da es eh nur ein Element ist, eben genau das eine Element. Das heißt, wir werden sozusagen die Menge los. Und das führt ein bisschen zu Verwirrung. Denn normalerweise spricht man von Urbild oder man spricht eben von der Umkehrfunktion. Und das Urbild bezeichnet dann eben, also beim Urbild kommt immer eine Menge raus am Ende. Das heißt, hier, wenn ich vom Urbild rede, habe ich nicht auch niemals nur eine Zahl als Ergebnis, sondern immer eine Menge mit einer Zahl. Wir zählen ja hier zum Beispiel auch, wie viele Elemente sind meiner Ergebnismenge. Das ist das Urbild hier oben. Während hier unten kommt eine Zahl raus. Und ja, das führt zu Verwirrung. Wenn es eine bijektive Abbildung ist, schreiben viele Professoren, schreiben viele Hochschulen, viele Mathematiker einfach immer die Umkehrfunktion implizit als f hoch minus 1, obwohl man normalerweise damit eine Menge als Ergebnis bekommen würde. Ja, falls das bei euch in der Hochschule anders gemacht wird, seid froh oder auch nicht froh. I don't know, sucht euch aus. Da gibt es alle Schreibweisen. Ich weiß, dass mir auch jemand schon geschrieben hat, man sollte da eigentlich so ein bisschen unterscheiden. Lasst euch da nicht verwirren von. Manche schreiben eben Umkehrfunktion f hoch minus 1 und manche schreiben das ein bisschen anders. Gut. Aber alles in allem, ich glaube, das ist eine sehr nützliche Funktion. Ich mache ein kleines Beispiel hier. Und zwar, wenn wir jetzt sagen wir mal, so, ich wollte mal ganz kurz hier aufräumen. Ähm, wenn wir jetzt hier einfach mal uns ein Beispiel anschauen, ja. Nehmen wir einfach mal die Funktion f von x ist gleich, normalerweise wird die als y definiert, ja. Das wäre hier sozusagen eine ganz normale Funktion und die ist normalerweise, wenn wir einen regulären Graphen haben, ja, wie wir den vielleicht aus der Schule kennen, dann ist die definiert über die reellen Zahlen, also r auf r. Ja, und wir nehmen jetzt hier keine fancy Funktion, sowas wie irgendwie durch Nullteilen oder sowas. Da wollen wir nicht drauf achten müssen. Trust me, wir wollen einfach nicht. Ähm, und deswegen sagen wir einfach mal hier, y ist definiert als 5x plus, äh, 5x plus 3. Boah, das sind keine schönen Dreier. Okay. Ähm, und wenn wir die jetzt auflösen wollen nach x, dann können wir das machen mit meinen, oder mit unseren Äquivalenzumformungen, die ihr vielleicht auch aus der Schule kennt. Das heißt, wir dürfen auf beiden Seiten minus 3 rechnen, wir dürfen auf beiden Seiten danach geteilt durch 5 rechnen und was rauskommt, ist am Ende y minus 3 geteilt durch 5 wäre x. So, und jetzt kann man sich dadurch quasi eine, ähm, eine Umkehrfunktion definieren, ja. Das heißt, was ich jetzt habe, ist ja eindeutig eine Funktion, die mir y ausrechnet, das ist f, das habe ich hier quasi gegeben, aber ich habe auch gleichzeitig eine ziemlich eindeutige Funktion. Ich kann jedes, äh, jede Zahl hier rausbekommen und ich kann auch jede Zahl reinstecken. Das ist, das ist sehr, sehr wichtig für diese Definition. Und wenn ich jetzt das, also, sie ist biaktiv, das will ich damit sagen. Und wenn ich das Ganze jetzt umdrehe, dann benutze ich einfach diese Funktion hier unten, die y minus, äh, hoch minus 1 von f von, sagen wir einfach mal, 2 ausrechnen. So, wenn wir das jetzt rechnen, dann haben wir hier erstmal f von 2. Ja, was ist f von 2? Also f hoch minus 1 bleibt stehen. Das, das lassen wir einfach. Was ist f von 2? Naja, wir stecken hier 2 rein, also 5 mal 2 ist 10, plus 3 ist 13. Okay, 13. f hoch minus 1 von 13 hingegen wäre dann, naja, 13 ist dann y, minus 3 wäre 10, geteilt durch 5 wäre 2. Und damit habe ich wieder meine 2 raus. Das heißt, ich habe hier meine Umkehrfunktion und was ich reinstecke, kommt am Ende auch wieder raus. Ich habe sozusagen meine Identität, wenn ich f hoch minus 1 von f mache. und ja, das kann man eigentlich mit jeder Funktion machen, ähm, und, also sofern sie denn definiert ist, ja, und das ist eigentlich auch ein relativ cooler Trick, den wir auch später noch kennenlernen werden. Also sowas wie Sinus, Cosinus kann man nämlich auch umkehren, so, so komische Funktionen wie das Ding. Ähm, und die helfen, also die kann man, kann man benutzen, sag ich mal. Okay, das war jetzt ein bisschen ein komplexeres Video. Wichtig ist mir vor allem, dass ihr hier nicht verwechselt zwischen Urbild und Umkehrfunktionen. Und, ähm, dass es da eben verschiedene Schreibweisen gibt. Es tut mir leid, falls ihr eine andere kennengelernt habt, dann einfach bitte dadurch ersetzen. In dem Sinne, ähm, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.